Moin 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 sicher und behütet irgendwie durchkommt. Vielen, vielen Dank für diesen großen Support in dieser wirklich verrückten und echt schwierigen Zeit. Vielen Dank auch für die ganzen lieben Worte, die ihr geschickt habt. Wir lassen auf jeden Fall von uns hören, auch jetzt in den nächsten Wochen. Seid so gut, haltet euch auf dem Laufenden über die Newsletter oder die Homepage, Facebook und so. Wir hören und sehen uns, auch wenn wahrscheinlich aus der Ferne. Bis dann, ihr Lieben.